Hi, heute soll es um Colonel Sanders gehen. Colonel Sanders ist 1890 geboren. Sein Vater starb, als er sechs war. Deswegen musste er für seine jüngeren Gefühlser kochen. Er machte unterschiedliche Jobs. Heizer bei der Eisenbahn, Versicherungsmakler in der US-Armee und er führte sogar ein eigenes Tankstellenrestaurant. Als er 62 war, müsst ihr euch vorstellen, fiel ihm ein, dass er zu wenig Rente bekommen hat. Naja, er hat sein Talent ausgenutzt und hat somit auf seinem speziellen Hähnchenrezept ein eigenes Geschäft gemacht. Und nach drei Jahren, nach drei Jahren hat er dann seine erste Million gemacht. So schnell kann es gehen. Also denke niemals, dass du für etwas zu alt oder zu jung bist. Macht's einfach. Das war's mit dem Faktencheck. Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video.